Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Titanfall. Ich habe mich gerade bei den ersten zwei Worten überschlagen, habe ich gemerkt, aber ist egal. Oh, ist mir am Start, ne? Ganz klar. Yay. Titanfall boxet auf jeden Fall und jetzt, wo ich es mit so hohen Einstellungen zocken kann, sieht sogar noch besser aus als in der Beta. Das kann ich gerne glauben. Er zeigt mir das Spiel so als Ricks. Oh. Alter, erstes, äh, Dings. Erster Kill. Kann man die Leute wieder belegen, irgendwie? Äh, nein. Das, soweit ich weiß, geht das nicht. Da war eben sogar einer am Boden, durch halbem Sterben. Hab ich gedacht. Ach so, ja, das sind die KI-Gegner, die machen das. Das ist ganz witzig eigentlich, wenn du das so siehst. Die helfen sich da so gegenseitig, das ist ganz cool gemacht. Ach, kommt schon, Alter, ich... Hä, ist so, mit der Schrotze... Die Schrotze ist nur auf engen Maps gut, ey. Sonst ist die einfach nur Kacke. Alle sagen, die ist auf Entfernung so Bombe. Das ist gar nicht wahr. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Bunny Hop Kills. So, ich muss aufs Dach rauf, hab ich recht? Da ist doch einer, komm! Nice, getötet. Was? Wo war der denn jetzt? Ach, da war der... Ah, das war der, den ich eigentlich beobachtet hatte. Aber dann wurden die Schacht gelenkt. Hallo. Hallo. Ey, lass mich da oben. Okay, der bin ich ja... Total falsch geworfen. Aua. Kann ich da nicht durchlaufen? Das ist ja so erbärmlich manchmal. Und... Das war ein feindlicher... Ah, Lauf. Hör mal. Lol. Ich hab ihn in die Luft gekickt. Oh mein Gott. Na, schade, mein Granatner nicht erwischt, ey. Hab nen Titan, aber... Ach, Mann, ey. Der ist jetzt... Ich nehm den es ja auch mal. Was? Ich nehm auch mal nen Titan. Lauf. Ja, komm. Rauf. Lol, das war... Wo ist da mein Titan? Das ist bei mir Traum. Ja, aber wo ist mein Titan? Feine Haare. Wow. Schön, dass mein Titan weg... Wo ist mein Titan, ne? Ich hab's... Ich check's mich. Okay, er ist down. Na gut. Also, wach. Hier. Hoch hier. Ah, ne. Ist er... Hint er am Bord. Autsch. Da hab ich aber voll auf die Schnauze bekommen. Hoho. Aber... Oh, das Übelste, Alter. Ich hab grad mal vier Piloten hier jetzt, ey. Das ist... Shotgun! Ah, ich hasse sie. Okay. Ach, komm. Diese alle da mit Titans rumrennen. Das ist grad ein bisschen kacke. Hallo, Jungs. Hallo. Macht ihr hier Epic Jump, äh... Okay, der ist schon down. Wo sind denn die Gegner? Hallo. Jetzt war's ja nur ein... Na? Hat mich gesehen. Yay. Yay. Granate fliegt. Nein. 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 Ach, scheiße. Titan-Assist. Titan-Assist. Na, okay. Mensch, such dich hier ewig. Du rufst nicht an. Du meldest dich nicht. Was soll das? So, ich würd dir gern mal wieder irgendwem auf die Schnauze geben. Hab ich lange nicht mehr gemacht. Na, ich komm auch mit dir mit, ne? Wow. 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 Ich krieg voll auf die Schnauze. Aua. Oh, bam. In your face, Bjarke. So. Ach, kommt schon, Leute. Geh weg. Geh doch einfach weg. Hau raus von... Aua. Ich hab verzerrt das Bild. Ich seh nichts mehr. Wow. Was, was, was? Ich seh gar nichts. Boom. Frontsoldaten ausgeschaltet. Kann ich rüber gehen? Ja, kann ich. Alter, wieder. Ich muss eher noch echt noch lernen, um hier umzugehen, Mann. Mit dem Doppelschrank und so. Nein, hat mich rausgerissen. I believe I can fly. Aber... Ah, Schadenssystem war es. War online, aber... Wow, du bist ein Titan. Du sagst... Boah, das sah voll aus wie ein Mensch. Ich war... Titan. Was? Ich war auf dem Titan-Draum. Nee, aber das... Nee, da hat er gesagt... Das war so... Das war so klein. Das war so aus, als ob das echt ein Dienst gewesen wäre. Totgeweiht. Weglaufen. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Oh, wir haben verloren, ne? Ja. Scheiße. Empfehle Vorrücken für Evakuierungspunkt. Äh, schaffe ich das noch? Ich hoffe doch. Hier irgendwo war ein Pilot. Werkung Pfiff ist jetzt am Evakuierungspunkt. Nein, ich bin noch ganz am Schluss gestorben. Aber kurz. Sprinte. Ich war schon beim Schiff. Ich war schon fast im Schiff. Nein! Da, 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 da. Das war so scheiße. Das war so scheiße. Das war fast da. Da kommt da so ein... Da steht da so ein Titan hinter so einem Haus. Das hat dir nix gebracht. Okay, die Runde war nicht... War nicht so gut, aber trotzdem. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.